ja willkommen zur zweiten folge von unserem neuen ja wie sagt man dazu projekt was hier am laufen ist bei uns das langzeit projekt wir sind jetzt hier das eigentlich ein cooler name naja das langzeit projekt ja wir sind jetzt hier fertig geworden hier unser auto ist jetzt hier am äpfel fahren gewesen und ja wir haben halt jetzt das zeug fertig gemacht und jetzt fahren wir zur saftpresse sagst du mal wo es lang geht ungefähr irgendwie ja rechts hinter uns fahrst du auf die straße da vorne hin am besten oder keine ahnung man so jetzt schauen wir mal den v8 motor wie er hoch kommt voll durchs gemüse ey so straße befestigter boden ja da lang ja das autofahren den armer ne links da links ja jetzt musst du schon wegen früher sagen ja fahr da vorne links rein hier vorne links vorne links nicht da mann wo denn hier jetzt einfach neue da war keine befestigte straße geradeaus waren auch da hier ist die saftpresse ja naja macht sinn so parken wir mal hier schön zack gut lösen aussteigung schnell bevor uns einen umbringt mann weil uns ja hier auch jemand umbringt ey ey Apfelbald jetzt verpisst dich mal auf einem scheiß schuld Junge Apfelsaft Herstellung 5000 für sich so was soll das für ein unterschied sein Apfelsaft zubereiten oder Apfelsaft Herstellung naja du kannst es nicht du brauchst erst diese fuck halt der ist ein Mörder der will uns umbringen was hä was denn jetzt ach kann man das gar nicht machen du brauchst du hast keine 5000 für eine Apfelsaft Herstellung das kostet Geld jedes mal du brauchst 18.300 um ohne eine Lizenz verarbeiten zu können ja da musst du das jedes mal machen ja Apfelsaft Herstellung ja komm dann kaufen wir uns aber ich habe ich habe doch warte mal wir müssen die Karriere noch einfahren gleich mal ein V8 Motor noch ein wenig aussetzen willst du ihn noch? ja mir ist scheiß egal jetzt fahr einfach V8 zieht schon alter zieht richtig den müssen wir nachher mal richtig durchbrennen genau ah was machst denn du? na übelst Klaus aber irgendwie ist das Spiel trotzdem zu leise also vorhin habe ich es äh dies bum 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 äh irgendwie immer noch vorhin habe ich es so jetzt passt es mal hier so Mensch das Ding hat noch einmal mehr gezogen damals hat es stimmt wir müssen das mal zur Tuning Garage bringen wir müssen das Wort durchstatten hier dann was kommt man hier rüber ja aber wir haben die die haben hier eine Brücke gebaut zum Glück die haben die Insel miteinander verbunden zum Glück das ist gut okay schnell 5.000 abheben pro Jahr weiter 5.000 abheben schnell weiter 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 für Koloss und ich habe gar keine 5.000 warte ich gibt hier äh gib mir 600 600 600 abheben ist ja gut was 600 brauchst du mh 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 600 warte ne geben hast du es na ja auf geht's auf geht's hab ich gesagt oh ich müssten außen essen Inventar, zack, nutzen und auch nochmal. So, voll gefüllt. Miep. Fuck, ich bin falsch krass. Alter, der schnippt ein Auto ab. Siehst du das da oben? Nö. Der fliegt gerade über uns drüber. Der hat ein Auto unten dran. Warte, es ist ein, ich sehe es nicht, es wackelt zu sehr. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, das ist mit dem Sicherheitsgurt verpasst. Da hinten ist es. Ja, genau. Das ist ein Ork auf jeden Fall. Dieses Gelände, was in dem DLC hier dazugekommen ist. Äh, von Seaset oder von der NATO? Hä? Keine Ahnung, mal, dieses Zivi-Auto ist das. Ach, das Zivi-Auto, das Ding, ja. Wo ist er denn? Nö. Keine Ahnung, hinter den Bäumen. Ach so. Naja. Kann man das jetzt nur einmal herstellen, wenn man 5000 bezahlt? Nein. Da ist das jetzt für immer, ne? Eben doch die Lizenz. Ja, passt ja. Bleib mal gucken. Lizenzen. Ja. Nice. Ach, ich habe auch einen Führerschein, siehst du? Einen Führerschein hat man wirklich schon. Nein, hat man nicht. Doch, ich habe auch einen. Ne, ich habe ja einen, ich habe keinen gekauft. Du warst schon mal drauf. Stimmt, ja. Deswegen wurde er mir nicht angezeigt, richtig. Komm, jetzt gehen wir weg hier. Sonst kann ich den auch schon kommen. Mensch, Mensch, ey. Wie viel ist denn da noch drin? Junge, verpiss dich doch mal. Ja. Reicht das? Mensch, das geht nicht, ey. Ach, man, oh, man. Jetzt hat... Ey, wie weit muss man denn da weg? Wie blöd ist denn das? Oh, nein. Was? Als ob dafür kein Platz ist, Alter. Wie viel denn noch? Warte, alles, hä? Warte mal. Ich kann im Ernst nichts da rein tun. Was? Als ob, ey. Dann geh doch mal weg, dann sind ich doch... Ich kann keinen einzigen Apfel nehmen. Ja, dann geh doch weg, dann nimm ich den Rest. Geh weg. Ey, muss der nur so lahmlaufen, Alter, wirklich? Reicht schon. Apfel. Äh, Apfel, achso. Ich habe ja auch Apfelsaft, varte mal. Ja, bei mir kann ich nix rein und nix raus tun. Äh, auslagern. Doch. Jedes Mal hier. Achso, warte mal, du hast die... Ach, nee, warte mal. Kein Platz dafür, warte mal. Ach du Scheiße, jetzt darf ich das alles... Was? Darf ich das alles switchen? Ja, mir ging ja net mal ein, was switchen. Warum auch immer, Alter. Alter. Jetzt darf ich das sau oft machen, ne? Muss der so lahmlaufen, dieser Wichser, Alter. Ich kotzt vorhanden wie die Sau, weil ich kann's nicht mehr umstellen, Mann. Also da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, ne? Weil so jedes Mal den Scheiß, das geht nicht. Ja, irgendein Spack da unter Brunnen rum. Hä? Was? So, weil ich nur jede Sekunde... Na, da muss man mal warten. Döp, 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 döp. Wer kommt da jetzt? Kindermörder. Achso. Den fragen wir mal einfach. Was denn? Ey, ey, hallo, hallo. Hast du das schon mal gemacht hier? Was? Ich hör dich irgendwie net. Na, jetzt sag ich Wasserflasche, ich denk. Du, dein Mund bewegt sich zwar, aber ich hör dich gar net. Hast du dich vielleicht gemutet? Äh, ja. Äh, hast du das schon mal gemacht hier? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, schon. Ähm, wie funktioniert denn das, dass mal jetzt... Wenn dir das Auto voll ist, und ich das erste Mal Apfelsaft verarbeitet hab, wie kann ich denn das alles schneller umswitchen, hin und her, weil irgendwie dauert das Arsch lang. Ähm, am besten habt ihr nicht, dass man sieben kann, weil man kann nicht, also wenn man nicht da reinfragt, dann nicht mehr Platz hat, was man nicht nehmen kann. Achso, okay. Ja gut, das ist natürlich scheiße dann. Ja, okay. Ja, okay. Also. Ja. Dann dürfen wir nicht so viel... Ja, dann machen wir überall so ein wenig weniger, als es eigentlich geht. Meinst du jetzt? Ja. Ist das überall so, bei jedem, egal was man fahren, oder dass es nur hier so, beim Apfelsaft haben? Ähm, das weiß ich nicht. Ja, ist... Bei verschiedenen Sachen. Manche brauchen wahrscheinlich weniger. Ja gut, dann trotzdem, danke, ne? Okay, jetzt hab ich alles. Okay, ich verarbeite den Rest und dann. Alter, du hast das jetzt irgendwie hingekriegt, oder was? Ja, ich muss halt jedes einzelne umlagern. Also eins raus, eins rein, eins raus, eins rein. Mann! Hallo! Was denn? Dann zieh dich mal, Stutt. Ja, ich kann ja nicht so weit weg. Warte, jetzt geht's vielleicht. Abrecht. Jetzt vielleicht das, ne? Ich will nicht weiter weg. Geht nichts. Warte, ich bin gleich fertig. It doesn't funktioniert. Okay, alles klar. It doesn't funktioniert irgendwie. Also, äh, also, äh, 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 wie ist das, hallo? Äh. Okay, warte mal. Jetzt guck ich mal schnell. Ich hab noch... Okay, Apfelsaft 44 Stück. Geh ein Stück weg. Da ist nichts mehr drin, ne? Also, kann man abfahren. Was? Wir können wegfahren jetzt. Ja, geh halt mal weg, Mann. Ich muss mal einen Scheißmann noch kurz. Ich muss mal schauen. Da ist nichts mehr drin. Doch, 17 Äpfel sind noch drin. Hä, ich hab doch alle raus. Ach, ne, ich hab keinen Platz mehr gehabt. Stimmt. Ne, warte mal. Einlagern? Hä? Was ist denn jetzt dein Problem? Ach, wenn ich auslagern drücke, dann kommt es bei mir rein. Oder was? Ja, vom Fahrzeug halt, ne? Kofferraum. Der Kofferraum ist im Ernst voll. Ey, das ist ja sau. Dann lass es doch im Rucksack einfach drin. Ich hab aber... Alter, da sind noch Äpfel drin. Ja, dann musst du das jetzt umlagern. Immer eins rein, eins raus. Du musst dich das auch machen. Item benutzen. Erstmal einen Apfel fressen. Ja, äh. Mach jetzt. Junge, gemelkter. Lol, hast du das gerade gehört, was man da gesagt hat? Ne. I'm thirsty. Echt? Ja, oi. Gemelkter jetzt. Ich kann nicht aufmachen. Ja, dann wärst du halt nicht raus. Ich muss da was essen. Oder trinken, ja. Warte mal kurz. Ich schau jetzt mal, wo man den Kack verkauft. Am Markt, oder? Ja, ne? Ey, apropos. Eigentlich müssten wir sich ja nicht auch mal Äpfel kaufen, alter. Ja, eben. Du kriegst ja von mir die Scheiße. Ja, eben. Mensch, joh. Wir müssen jetzt einfach nur zum Markt fahren, wenn du jetzt mal fertig bist. Ich check hier nicht nur durch. Ey. Alter, als Bob man den Scheiß nicht... Ach. Ich check das hier, wie man das machen soll. Ich kann nichts rüber, oder? Ey, du musst einen rüber und einen dann wieder rüber. Das funktioniert ja eben nicht. Bei mir geht es, dann lass mich das machen. Der Apfelsaft ist zu groß. Ach, warte mal. Ne, geht nicht. Ich kann keinen einzigen Apfelsaft... Dann fahren wir halt gleich nochmal her. Der Markt ist doch nicht weit. Mensch, das ist so zu kurz wirklich. Auf. Das mit dem Sicherheitsgurt vergisst man jedes Mal, ne? Aber ich habe jetzt mal dran gedacht. So, weißt du, wo es lang geht? Ja. Ey, wie extremst scheißknapp ist denn das eigentlich jedes Mal? Siehst du das eigentlich immer, oder? Also, das ist jetzt immer nur der Ego. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Ich denke, jedes Mal ich crash fast neu. Ja. Ich will zu der Wendekreis, das Ding. Da kommt schon wieder ein Heli. Ich will auch ein Heli haben. Ja, mir. Aber ich will einen großen Heli haben. Ich kaufe mir keinen Humming-Ball. Irgendwann später dann mal. Ich muss mal ganz kurz was austesten mit dem Ding. Maximale Geschwindigkeit. Ach, fahr doch einfach zum Markt, Mann. Ja, mach ich jetzt gleich. Meine Güte. Was denn? Hätten wir doch dann auch machen können. Wie schnell ist das Ding? 80. Ich glaube, das wird noch schneller. Oder kippt der Forum. Jetzt geht's ja bergab. Und ich hock da noch hinten drauf, ne? Ja, wieso? Naja. Willst du vorne hocken? Nee, du hältst da jetzt ganz sicher nicht an, nur damit ich da vorne einsteige. Natürlich. Vollbremsung. Mensch, das dreht überhaupt nicht hoch, Mensch. 130 fahren wir. Voll, Alter. Nett mal. Jetzt wird's schon langsamer. Das war nur wegen dem Berg. Was willst du denn hier auf Tannor bei der Kurvingstrecke erwarten? Hä? Oder was... Du brauchst doch hier nix schnelleres. Boah, Alter, war das knapp, ey. Ja. Natürlich brauchst du das schnelleres. Du kaufst dir am besten wieder irgendein Auto, wo du dann rumfetzen kannst. Aber brauchst du nicht von so einem Ding zu erwarten. Es ging damals mehr ab, Alter, ohne Kack. Auf all dies. Also, mussten wir sagen, wenn's knapp wird. Ja, wir gab es noch. Ich fahr' nicht noch in der Ego hier durch. Geht noch. Wo landeten da ein Heli? Da drüben landet man. Der ist... Der Markt ist ja ganz woanders, oder? Von wegen, du weißt, was lang geht. Der ist ja da drüben über die Brücke. Ja, ja. So. Komm mal hier durch? Ja. Echt jetzt? Ja. Mach doch. Ah, der ist echt übelst knapp. Achtung. Weg da, Mensch. Ist das nur der Typ von vorhin, der Arne? Echt jetzt? Ja, ja, das sagt der. Aufpassen auf mein Helikopter. Was hat er gesagt? Aufpassen auf sein Heli. Warte mal. Wieso stellst du denn das immer um? Keine Sorge, alles gut. Wir sind erfahren, hoffe ich. Ja, ist nicht das erste Mal. So, Apfelsaft. Und alle Fahrzeuge, was ich hab', hab' ich nur durch die Sache gemacht. Durch Apfel und Pfussig. Krass. Wie lange arbeitest du schon dran? Seit... Ich bin gestern seit, glaub' 16 Uhr durch am Machen. Also erst seit gestern, echt? Krass. Ja. Das ist übel. Das ist krass, echt. Ey, hast du eigentlich ein paar Tipps, wie man... Wie man's z.B. farmen kann, weil wenn's auffallen, das funktioniert nicht zu ganz, wenn du jetzt alles vollmachst und willst das Zeug verarbeiten, das halt umswitchen in den LKW oder so, das geht irgendwie nicht. Ihr braucht ein, was macht ihr grad, Apfel oder Pfussig? Apfel, Apfel. Apfelsaft, Apfelsaft. Ihr braucht... Ihr braucht... ...ein Apfel. Also ein Apfel gibt... ...ein... ...gibt... ...ein... ...Apfelsaft. Und der Apfelsaft braucht drei Platz. Okay. Das heißt, wir brauchen... ...der Apfel hat ein Platz. Und der Apfelsaft braucht drei Platz. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen im Prinzip... Ich geb euch den Tipp, wenn ihr ein bisschen Geld habt, könnt ihr immer beim Shop die App verkaufen oder die Psoversiche und dann zum Presse gehen und dann verkaufen. Da macht ihr auch recht viel Gewinn. So machen's wir immer. Ach so. Ja gut, ist eigentlich ne ganz gute Taktik, aber jetzt am Anfang fahren wir noch so am Dings und so. Du brauchst zum... Ja, du brauchst zum... Du brauchst zum... Du brauchst zum... Du brauchst zum... Wenn du's so machst wie wir... Ich mach's. Dann holst du... Ja. Du brauchst du per Show, der ist runterverkauft und so weiter. Immer so. Okay. Das machen die wenigsten da rum. Dann brauchen die auch so lang. Hey, ich check das nicht. Was ist denn mein Trick, du's? Ja, ich check schon. Na gut, dann werden wir's so irgendwann machen, aber jetzt am Anfang machen wir's noch so und dann... Aber danke für den Typ. Ja, am Anfang spart man noch ein bisschen Geld. Ja. Bitte, bitte. Gut. Wir sehen uns bestimmt. Boah. 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 Alles gut. Ja, irgendwann sehen wir uns immer wieder. Was? 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 Alles klar. Ne, was ist du grad? Dein letzter Satz? Alles gut, hab ich gefragt. Irgend... Ach so, ja, freilich. Ach so, ja, freilich. Haben wir ja jetzt schon zu genug. Ich hab jetzt schon über 100.000, ne? 120.000 hab ich circa. Bist du nix, ne? Bist du nix, ne? Bist du nix. Bist du nix. Bist du nix. Was hast du? Ich hab für jetzt schon über 120.000, ne? Ach, halt's Maul, als ob. Ich hab, äh, auf der Bank, warte. Als ob du... Ich hab 24.000? Ach. Ja, weil du nur einmal verkauft hast. Hast du das alles aus dem Dings verkauft? Ja, hab ich schon. Ach so, ja, gut. Deswegen hast du wahrscheinlich so viel. Ich hab, äh, aktueller Kundestand 70.000 und, äh, Bargeld 54.000. Also, ich hab jetzt circa 50.000 da mitgemacht. Das passt schon so. Wir machen so 75.000 circa. Ist schon nicht schlecht. Äh, was machst du? Hallo? Ja. 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 Na gut, dann würd ich sagen, was ist mit der Folge? Wir sind jetzt um einiges, haben wir mehr, jetzt, äh, an Wissen erlangt. Mit dem Trick von dem guten Herrn, den wir hier... Oh, pass auf, Alter! Alter, pass auf jetzt auf den, ey! Das sind fast angefahren, Mann. Ja. Ja. Ja, toll. Ja, was denn jetzt hier mit Joe und so? Ja. Ussel weh. Ussel weh? Hä? Kommt's zum Punkt jetzt? Ja. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Und tschül. Tschüss. peef Mause. Ja, ornaments.